Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Gestern kam es im ersten freien Training wieder mal zu etwas Kuriosem. Romain Grangeau fuhr aus der Boxengasse und drehte sich in Richtung Leitplanke, nachdem er den Pitstoplimiter gedrückt hatte, um ihn zu deaktivieren. Er wurde vom geringen Grip überrascht und danach fahr der Frontflügel ab. Er hatte seinen Boliden anschließend seltsamerweise noch gewendet, fuhr einmal über die Strecke und ließ den Frontflügel wechseln. Haas hatte seinen Boliden auf das Australien-Setup zurückgebaut, jetzt kommt der Franzose besser damit zurecht. Viele von euch werden sich jetzt wahrscheinlich die Augen reiben, aber nein. Ihr habt richtig gelesen, Vier-Präsident Jean-Todd hat die Formel 1-Chefs gebeten, über das Nachtanken nachzudenken und ob es zurückkehren soll. Zurzeit wird das Reglement für 2021 erstellt, damit die Formel 1 wieder spannender und wettbewerbsfähiger werden soll. Das Nachtanken wurde Anfang 2010 wegen Kosten und Sicherheit abgeschafft. Todd meinte auch, dass die Boliden ein wenig zu schwer geworden wären, Hamilton sieht es genauso. Sie möchten gerne leichtere, beweglichere Boliden haben. Die Entscheidung wird dabei erst gefällt, wenn die Auswirkungen in einer Studie erforscht werden. Ein Gegenargument wäre, dass weniger überholt wird, wenn die Fahrer wegen strategischer Überholungen immer mehr Plätze aufholen. Im Oktober soll das Reglement für 2021 fertig sein. Kommen wir zu Mikes Meinung. Fehler wie der von Grosjean passieren halt immer wieder und liebe Leute, nein! Ericsson did not hit him! Wenn das mit dem Nachtanken wirklich wieder eingeführt wird, obwohl ich der Meinung war, dass es nie wieder passieren wird, wäre ich echt überrascht und würde mich sehr darüber freuen. Kommen wir zum Community-Kommentar. Matteo hat folgenden Kommentar unter meinem letzten Video geschrieben. Schlafende Polizisten? Was? Sausage-Kerbs heißt die Scheiße. Unter dem Namen kenne ich das auch, aber Matteo, man kann das auch nicht ganz so vulgär schreiben, oder? Das kann man auch vernünftiger schreiben. Schlafende Polizisten habe ich gestern auch zum ersten Mal gehört. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.